Ok, wieder zurück bei Super Daedal World 2, dem Kaizo Level in Super Daedal World 2. Dafür glaube ich ist das schon ziemlich weit am Ende, weil weil schwer, weil sau schwer, zumindest für meine Verhältnisse und dann kommt hier so ein Poké an und dann springt man da einfach drüber, so. Komm schon, komm schon, warte hier. Moment, die Shell will ich. Ha! So, die nimmst du jetzt mal mit, Mario. Und verlierst sie bitte nicht. Und dein Pilz bitte auch nicht. So, du bist Geschichte, du bist Geschichte, du bist Geschichte. Und jetzt feuer ich die einfach mal ab. Nein! Nein, 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 das war gut. Das, Mario, das war nicht gut. Ich nehme alles wieder zurück. Das ist kein schwieriger Part, wirklich. Das muss ich jetzt, äh, mh, die Shell scrollt aus dem Bildschirm. Moment. Ah! So, jetzt, jetzt stopp einfach mal die, stopp einfach doch nur die Shell. Stopp einfach doch nur die Shell. Ja, n- Okay, jetzt, 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 jetzt. Jetzt kann ich das nochmal machen, denke ich. Klein ist das hier sowieso leichter Moment Pokey tot Moment, Pokey tot Das So, jetzt einfach hier durch So Shell rain warning So, und jetzt kriege ich die Shells in den Arsch gesteckt oder was Ja Wahrscheinlich Mhm, mhm Mhm, Disco Shells Könnte ich mir echt nix schöneres vorstellen als, äh Disco Shells Ne, gibt nix schöneres Gibt nix schöneres Ich renne jetzt hier durch wie ein Bekloppter Huh, hier bin ich sicher Kann das sein Dann kann ich nämlich mal kurz Hier noch ein Sicherheitssafe machen Weil, äh Ich brauch das Äh, renn einfach durch Mario, ich weiß, dass du das kannst Ich weiß, dass du das kannst So Jetzt dann stirb ich Sterb ich an so einem komischen Maulwurf Einfach durch Einfach durch Einfach durch, Mario Ich habe große Erwartungen an dich Die ganze Menschheit glaubt an dich Ja, ich hab's geschafft Huh Und das war Kai so Aber noch ein moderates Kai so Dass ich das auch schaffen kann Das ist schön Deppelman's Hideout Okay, dann gucken wir mal hier Das sieht Irgendwie Find ich, sieht der Hintergrund Bisschen komisch aus Bisschen eckig The last stage Mario Yeah Are you ready to fight Mr. Deppelman Ne, jetzt bin ich nicht Ich gehe wieder Ich bin nicht bereit Tschüss Schade Ja, habe ich ja eigentlich Gar keine andere Wahl Äh Ich nehme mir einen Pils Level 1 Bulletproof Level 2 Thwamp Area Level 3 Lava Lake Sawhunting Und Freefall Hört sich ja sehr vielversprechend an So Level 1 Bulletproof Oder was Ähm Ich mache hier nochmal Safe So Okay 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 Mit vertikal schießenden Bullets auch noch Äh Also Nee So diagonal meine ich Heute ist irgendwie mein Gedächtnis ist hier irgendwie ausgeschaltet Momentan Ist schaffbar Na okay So nicht Ich warte auf dich Bullet Komm her Ich weiß was verlangt ist Da fängt es schon an Die da oben stören mich Die da oben stören mich Später noch Ja Okay 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 das sind mir eindeutig zu viele Bullets Das sind mir eindeutig zu viele Das sind mir eindeutig zu viele Das sind Homing Dinger ne Ja Ja das sind Homing Bullets Auch noch Zu meinem Vergnügen Ich steh hier ziemlich schlecht Sag nicht dass ich's schon verkackt hab Und du kommst auch mal weg So Oh Hier diese Space Invader Fischer sind hier ja auch Nett Sieht schön aus Ähm Ähm Okay 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 Moment Jetzt ruhig angehen Das ganze ist durchaus Schaffbar Wieder ein Space Invader Fischer Ganz viele Fischer Wo muss ich denn lang Habe ich was verpasst? Okay Ähm Thwomp Fischer Dings Bums Level Okay Dann machen wir hier weiter Okay 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 Ich weiß was man verlangt von mir Juhu Was? Da konnte man sogar stehen Ist ja cool Ich krieg nen Pilz Yeah Und verliere ihn gleich wieder Das ist ja fair Das Das Habe ich aber meinem eigenen Großartigen Skill zu verdanken So Ja Swamp So kannst du das nicht machen Okay Okay Hm Ihr kleinen Doofen Swamp Fischer Okay so geht's So geht's Okay Okay Moment Okay Das ist Das strapaziert schon ziemlich meine Nerven Komm Mario Spring Gut Ich weiß was ihr Ihr wollt alle mich tot sehen Das ist schön Das ist schön Okay Das ist aber Auch nicht das schwerste Ich hab schon viel schlimmeres durchgemacht hier Mhm Wenn man das Man muss einfach nur hier Schön regelmäßig Durch Spinjumpen So Dann geht das Das Dachte ich mir Dass du vertikal kommst Äh Horizontal Scheiße Wie auch immer Du kommst auf jeden Fall Heute ist Bei mir Ist heute Denken Ist heute Ganz schlecht Heute Ist wirklich Denken Bei mir Ganz schlecht Eigentlich Wenn ich Let's Plays Aufnehme Ist Denken Generell Ganz schlecht So Okay Wie soll man Das machen Okay Ich mach's So Ich mach's So Ne Jetzt kommt wieder Nein Lass mich in Ruhe Ich will Da sind zwei davon Drei Mit Waypoint Rein damit So Okay Jetzt kommt Lava Krams Und jetzt mach ich auch mal Erstmal kurz einen Schnitt Und dann geht es Gleich weiter Vielen Dank fürs Zusehen Bis dahin